Weiter geht's mit O wie Bokehfilter. Ich zeige euch ein DIY-Hack, wie ihr diesen Herzlook hinbekommt. Jedes Objektiv äußert sich da anders, aber am besten sieht man es in Straßenlichtern oder in Wäldern. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Stück schwarze Pappe. Dieses schneidet ihr dann zurecht auf den hinteren Teil des Objektivs. Jetzt könnt ihr euren Look mit einer Form bestimmen oder mit eurem Logo. Das befestigt ihr dann auf die Hinterseite von dem Objektiv und schon habt ihr euren DIY-Iconic-Bokehlook. Lass gerne ein Abo da, wenn du mehr Hacks erfahren willst.